Mach dich bereit für eine grandiose Runde jetzt, Boon. Alles klar. Besonderheit, warst du das? Ne, ich glaube das war Pia. Wie Pia klang das jetzt nicht. Das hätte auch aus dem Game kommen können, deswegen. Klang so nach einer anderen Qualität. Ne, ich habe vom Mikrofon weg genießt. Genießend. Ich gehe Sauna-Club. Ja, immer. Obwohl ich manchmal glaube, es wäre echt besser, wenn man auf der Terrasse runtergeht. Ach du. Wir sind tot. Guck dir am Rand. Oh, ne, ich gehe doch nicht Sauna. Mein Fallschirm entscheidet was anderes. Wie jetzt? Ja, der hat gerade woanders hingelenkt. Und ich habe eine M4. Ja. Bist du? Ah ja. Keine Ahnung. Das hat zu lange gerade gedauert. Ich komme hier hoch. Ja, kommt einer zu dir? Ja, ja. Ich bin auch safe. Warte. Hab einen. Da waren zwei. Oh, das bist du. Seine Pfanne. Seine Pfanne hat meinen Schuss abgewehrt. Hier kommt noch was hoch. Mhm. Unter mir. Ich habe noch keine Wäsche. Ja, ne. Das war ja wirklich hier noch. Ich habe jetzt mal ein paar Leute gefinisht. Boah, das ist ein Gegner. Ah, shit, shit. Wo kommt der her? Wo kam der her? Der war auf einmal neben mir hier oben. Noch einer. Der hat nichts. Passiert hier. Keine Ahnung. Wie viele Kates hast du schon? Siehst du, wie schön das ist hier. Early Fights. Das ist klar unter uns, ne? Hm. Ich bin schon gar nicht mehr gefeiert. Der klaut meinen Kill. Ey. Ich habe immer noch nur eine Shotgun übrigens, ne? Was geht hier ab? Sie sag doch, das ist immer schön. Das ist das Spiel. Kannst du ja nicht auf mich hören. So unten habe ich halt immer Spoon. Genau, genau, genau. Ja, lass schnell das Auto nehmen, um in die Zone zu kommen. Theoretisch reicht ein Magazin, wenn man damit dann, kann man jemanden killen und dann hat man Uni. Hinter uns, hinter uns. Hippie-Bus, Hippie-Bus, Hippie-Bus. Ja, sehe ich, sehe ich. Ich habe nur einen Schuss. Das war mein einer Schuss, den ich hatte. Einer ist schon noch. Komm, ich habe Nades. Nades gehen raus. Nades sind raus. Ja. Nein. Muni. Muni. Oh ja, der hat Lul. Der hat Lul. Der hat Lul. Der hat nur eine halbe, äh, so eine, mehr als eine halbe Dreierweste hier. Willst du ein AR-Schallye haben? Ja. Glaube ich mal hier unten. Ja, nehme ich. Noch was? Ja. Dann am besten kaputt schießen, oder? Der ist weg. Der fährt hinten weg. Können wir vielleicht noch holen? Pfeils, die haben einen Unfall gebaut. Sein Mate ist ausgestiegen. Der unten ist low. Der unten ist low. Die raffen irgendwie gar nichts. Und der andere pusht hier einfach unten, den Stein. Ja, der läuft einfach nur vor, ne? Der hat eine Mission, du. Der rennt vor. Der hatte die Mission seines Lebens. Einfach nur runtergelaufen. Ja. Wir haben zwar Deckung, aber sind sehr tief. Können wir hier irgendwo nochmal eine geilere Posi finden? Kirchen-Dudes müssten halt nachher auch. Boah, ich weiß nicht. Der gefällt mir das unten schon fast besser. Hm. Ich würde sagen, wir gehen lieber links, oder? Hier links auf diesen Hügel hoch. Würde ich jetzt zumindest machen. Hier, wo gerade geschossen wird. Ja. Ich finde halt die Kirchenleute. Links von uns sind auch noch einige gewesen. Oh, oben Spieler. 175. Genau da, wo wir jetzt hinwollen eigentlich. Müssen wir aufpassen. Die haben Highground. Oh, die werfen schon Nades. Wohin? Na, auf uns, glaube ich. Ja. Boah, ich hoffe jetzt nicht, dass wir sterben. Hm. Der war Oney? Hm. Ich hole mir mal seinen Dreier. Der war Oney. Anstatt zu Instant. Der war Oney. Ich ja muss. Hier hinten müssten noch mehr Leute kommen. Ich muss mich kurz mal vollboosten. Hinter uns ist ja voll der offene Berg. Ich habe jetzt eine schallgedämpfte K sogar. Gut, gut. Ja, die habe ich auch. Und 14 Boosts, falls du irgendwas brauchst. Ich habe 8 Boosts. Okay. Hast du, wie viel Sieben da hast du denn? Irgendwas mit 30 noch zum Nachladen. Okay, dann gucke ich mal, ob der was hat. Der hat mal zu viel verballert, ey. Ich glaube, ich habe noch nie so oft mit einer Kage geschossen wie in dieser Runde. Ja, ne? Scheiß drauf, ich mache es einfach voll. Der Server? Nö, Meisterfrucht. Ich würde sagen, Late Moven. Du bist auch der Erste, der es war. Aber gleich irgendwo im Single. Zumindest jetzt so in der letzten Zeit. Alter, wo ist denn überhaupt die Zone? Wo muss ich denn gucken? Da. Oh, es sind ja nur noch... Jetzt sind nur noch 6. Ja. Was? Sollen wir nicht schon den Berg hier oben einnehmen? Ja, lassen wir machen. Okay. Oh, hier kommt sogar noch ein Drop runter. Ja, geh hin. Oder die Awe 15-fach. Milka-Hügel-Finale. Weißt du, wie das aussieht? Wie heißt es nochmal dieses Paulaner? Paula, dieser Pudding. Ja. Der ist das. Paula ist Nico. Oh, der Drop ist mega blöd gelandet. Den können wir nicht holen. Ich wette, die kommen hier irgendwo von Südwesten oder so. Die dürfen jetzt noch nicht flankiert werden und dann von ihnen geraped. Ich gucke mal nach hinten hier an der Ecke. Hier ist nichts, hab ich schon geguckt. Ne, hier bei mir, wo ich gerade bin. Achso. Oh, das geht ganz schön weit rum noch. So weit kann ich nicht laufen. Ja, ich komme mal wieder zurück zu dir. Aber von hier kommt nichts. Boah, spannend, Leute, oder? Ich mache mal einen 3-Minuten-Werbeblock-Moment. Oh, boah. Ja, Spieler, 240. Läuft gerade auf dem Feld. Oben? Ja, oben. Boah, ich schieße auf Distanz mit Feuerautomatik. Wie viele Stunden hast du, PUBG? Wieso, ich treffe da, ja. Echt? Treffe da doch. Voll Automatik. Aber wieso ist der dann nicht tot? Vielleicht den nicht mehr richtig gesehen habe hinterm Gras. Aber der guckt da immer noch. Ja, ich sehe ihn. Hat Headshot. Hat kein Headshot. Dein Maid ist links da hinten. Ja. Maid hat noch einen Hit. Gucken wir mal ein paar Nades hin. Ich habe elf Granaten, ne? Ja, ich habe auch voll viele. Wir sind ja in der Zone. Außerdem gibt es noch ein anderes Team. Ja, eben. Hä? Was? War die Box schon immer da, ja. Oh, die werden geschossen. Ja. Aber wir können, wir müssen nicht ran. Oder? Wir sind komplett getrennt jetzt, ne? Hab sein Maid. Ich habe sein Maid. Okay. Ja, dann ist es jetzt zwei gegen zwei, ne? Ja, dann haben wir die hier in der Mangel. Ich habe die rechte Seite. Ja, die sind beide noch hinten auf dem Hügel. Ich habe die gerade gesehen. Muss mir noch einen Boost geben. Ich brauche noch einen. Einer hat einen Headshot, glaube ich. Mit dem Dreierhelm. Ich höre den. Ich kann es jetzt wieder. Ich muss mich mal voll boosten. Ich sehe den gar nicht. Beide auf dem Hügel oben. Ich habe gesehen gerade, ja. Wie mein Energy Drink? Ich glaube, wir sind nicht mehr ganz drin. Kann das sein? Ne, ne. Die wollen mich pushen, glaube ich. Falls du mir irgendwie helfen kannst. Ne, ne. Ich sehe den immer noch oben am Berg. Einer hat einen Hit auf jeden Fall. Nice. Einer down. Der andere. Boom. Oh. Siehste, war doch eine schöne Asiender-Runde. Habe ich nicht gesagt. Ja. Das ist geil. Ja. Schön im Early-Fight. Boah. Wie viele Kills hast du? Also wenn man den am Anfang, der mir geklaut wurde, dazu rechnet, elf. Ja, ich habe auch elf. Sauber. Nein, 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 ich gehe jetzt. Du bist das. Oh, oh. The Jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I've reached the top and have to stop and that's what's wrong. I've reached the top and over a hundred again. Will you stay with Finn Well done.